Einen wunderschönen Mittwoch euch allen, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's gut und willkommen zu einer neuen Episode Köln Inside. Heute mit zwei Themen, die letzte Trainingswoche hat heute begonnen vor dem Pokalspiel in Osnabrück am Montag und die berühmte Frage auf Pressekonferenzen ist ja immer, wie sieht es mit dem Personal aus und das gucken wir uns heute schon mal an. Insbesondere Spieler wie Pakarada, Jubicic, Lindenmeiner und was sagt Baumgart vor allem zu Meiner und so weiter. Und auch wenn das jetzt keine klassische FC News ist, Anthony Modest ist wieder in Köln, kurzer Blick darauf. Ja, verrückter geht nicht, würde ich sagen. Also fangen wir an. Ja, endlich, am Montag geht der Ernst des Lebens wieder los im DFB-Pokal und schon am heutigen Mittwoch hat die letzte Trainingswoche vor dem ersten Pflichtspiel im besagten DFB-Pokal begonnen. Und wieder mit dabei waren Pedersen und auch Lert Pakarada, der ja noch am Samstag im Testspiel gegen Nantes verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Aber da es sich bei ihm lediglich um einen Pferdekuss gehandelt hat, war ein Einsatz für kommende Woche ohnehin nicht gefährdet. Deren Jubicic hingegen trainierte nach einem Schlag auf den Knöchel derweil noch immer individuell, auch am heutigen Mittwoch noch. Und hier hofft man zumindest, dass er morgen wieder voll ins Training einsteigen kann. Sicher ist das aber noch nicht, aber hier sieht es auf jeden Fall gut aus. Weniger gut sieht es hingegen bei Lindenmeiner aus. Er wird, ja man kann jetzt schon fast sagen, definitiv nicht mit dabei sein am Montag. Er hält sich ja aktuell noch in der Reha fit und wird fürs Pokalspiel ausfallen. Wie ich ja bereits berichtet habe, ist es ja Gott sei Dank nichts Strukturelles. Das hat ja das MRT meine ich letzte Woche ergeben. Und Steffen Baumgart darauf angesprochen sagte, es geht ihm von gestern auf heute schon besser, aber wenn was im Rücken reinzieht, klemmt was auf den Nerv. Wie lange das dauert, weiß keiner genau. Wenn die anderen trainieren und du leider ein paar Tage verlierst, bist du in der Regel nicht am ersten Spieltag auf dem Platz. Also Lindenmeiner wird definitiv fehlen. Ja und zum Schluss noch kurz ein, zwei Sätze zu Anthony Modest, auch wenn es ja keine klassische FC News ist. Vor ein paar Tagen geisterte Medial ja rum, dass Modest sich wohl bei Fortuna Köln fit halten wollen würde. Ja und heute war es dann soweit. Er hat tatsächlich das erste Training hier in der Südstadt absolviert. Und ja, ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht, dass er nochmal in irgendeiner Form hier in Köln aufschlagen wird. Und ja, wie das halt so ist, gibt es ja unter den FC-Fans auch da immer zwei Seiten. Die einen halten ja immer noch große Stücke auf ihn und sind ihm ja auch auf ewig in irgendeiner Form dankbar, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und die Mehrheit ist überhaupt nicht gut, auf ihn zu sprechen. Und ja, so hat ja jeder so seine Meinung. Und jetzt hält er sich aktuell fit, ist ja derzeit vereinslos und hofft dann eben nochmal irgendwo anders anheuern zu können.